Moin, was geht, Alter? Heute wieder eine schöne Rundchen und ich muss immer kurz wegmachen. Das ist ja irgendwie störend. Was ist hier? Mensch! Was ist hier unten? So. Oder vielleicht doch nicht. Was ist hier so? Egal. Leute, lassen wir uns. Nee, ich will jetzt... Okay, los geht's. Leute, los geht's, alles klar. Nee, es kann natürlich losgehen. Ganz entspannte Runde. Und wie hört sich das? Meine Lieblingsmap ist das hier. Also mit einer meiner Lieblingsmaps. Die ist einfach so geil. Einfach so geil. Weil der Haus, im Haus ist so viel Fight. Was ist hier los? Yeah! Und da, 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 da. Okay, es geht schon noch gut los, aber ihr wisst nicht, wo sie sind. Im Land des Hauses. Ähm. Nochmal schön den hier. Wie soll ich da ballern? Boah. Boah. Du kleiner, kleiner Schnubbeli. Du kleiner Schnüffel-Erleich. Äh. Bist du... Nicht so einig, meiner. Komm aus deiner Deckung raus. Boah. Da kam ein zweiter hinterher. Ich sage, die ist sagenhaft, Alter. Ich find die... Was soll ich da warten hier? Hier rein. Hab ich jetzt irgendwas getroffen? Ich muss noch mal nachladen hier. Da war ja was. Wo ist der hin? Jawohl. Ohoho. Wo war denn der? Ich dachte, der war in der Ecke. Hä? Ist der wieder anders lang gegangen? Geil, Alter. Schön, Alter. Schön, Alter. Gefällt mir gut. Oh, ich liebe das Game. Das ist einfach ein absolutes... Woho. Wenn man es einmal weiß, wie es geht. Na, der ist doch wieder sein Ding. Ohoho. Ich hab überhaupt was abgezogen. Also, ich hab einfach nur noch geschossen, Alter. Hab mich gar nicht gesehen. Aber... Ist schon nice, wie er das gemacht hat. Also, muss man schon sagen. Hey. Oh, die Leiche. Wo ist denn mal kurz? Jetzt schon mal keiner. Jetzt schon mal keiner, Kollege. Er hat schon wieder der Hauptgeschossen. Geh mal hoch. Ohoho, Scheiße. Ohoho, da war die Granate. Hab ich gar nicht so schnell. Also, so schnell, der Herr geht doch. Der liegt schon da aus. Was ist denn das hier? Ey. Der war ja gut, Alter. Wie ich rein bin und dann... Da ist schon geil. Wie machen sie mich doch am Campen? Achso, naja. Mensch. Mensch. Verschrecke mich nicht so, Kollege. Ich bin sehr schreckhaft. Uh. Da sind keine. Hm. Schon mal keine. Boah, alter, lecku mir, alter. Alter, der hat's nur weggesprengt, alter. Boah, ich liebe das Game. Oh, der macht süchtig, alter. Ey. Wo stehen sie? Ja, mach mal eine neue. Boah, was ist denn das? Einfach nur draufzimmern, alter. Nur noch draufzimmern. Ey. Wer war denn das schon wieder mit seiner scheiß Granate, ey? Meine Herren, alter. Boah. Ey, da hab ich ja gar nicht so... Da hab ich ja gar nicht so... Hat denn der geschossen, Junge? Ich kam auch nicht so schnell. Boah. Boah. Alter, alter. Ich mach mal... Ja. Ja. Nice, Alter. Äh. Ey, der war... Der war... War ganz gut, Alter. Die Kanone macht irgendwie nicht viel. Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt hingeschossen hab. Ich hab nur... Ich hab nur gesehen, wie einer geschossen hat. Alter, hab ich zurückgeschossen. Okay, alles klar, Leute. Lasst uns mal hier auf... Lasst uns mal hier aufrollen. Okay, der hat irgendwo geschossen. Boah. Leck mich, Alter. Gleich gestorben, Alter. Hier lag ich. Okay, die Hunde wird nicht ganz so spektakulär, aber sie wird trotzdem geil. Oh, schau. Move out. Boah. Alter, da geht's doch oben heiß her, Alter. Das ist ja mega, Alter. Das ist ja richtig vor die Schnauze, aber gewaltig. Wo sind sie nicht mehr? Da ist schon mal keiner. Hä? Boah. Da kriegst du jene, der muss hier... Schon jemand anders getroffen. Let's go, Moment. Ich weiß es. Ho, 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 ho. Wo ist der andere? Der war da irgendwo hier. Hä? Hey, wo ist der hin jetzt? Der war da irgendwo hier. Hä, ist der tot? Schau. Irgendwann ist hier. Boah. Boah, scheiße abgelost, aber trotzdem mega geil, und ich finde das so geil, das Spiel. Boah, das ist einfach absolut krass, ey. Ich könnte das... Oh, no, wir müssen mal... Ich will mal erster versuchen. Boah, alles klar, lange... Schön von... Ja, das sind die Highlights, das ist so geil, Alter. Boah, Alter, mega, Alter. Guckt euch das an, das ist ja übelst krass, aber... Okay, Leute, danke schön fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.